so 3 2 1 willkommen bei 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 fallout 4 wir hatten hier schon ein wenig angespielt das ist bei mir jetzt schon ein paar wochen her und jetzt spielen wir mal weiter als letztes waren wir mit so einer krassen rüstung in unsere alte heimatstadt gelaufen und hatten noch so ein paar andere überlebende mitgenommen und hatten irgendwie ein paar betten gebaut so meine energie ist ja kostet was ging es ich hoffe die farbe meiner energie ist blau gut so lachen ist die beste medizin denn das hier ist nicht deine welt nicht wahr ich hab dich auf diesen kühlschrank steigen sehen das dritte auge kann dir helfen kind es kennt immer die antwort du musst mir nur etwas jet bringen damit ich sehen kann was es dir sagen will jet was ist das das ist ein kleiner inhalator mit großem kick angeblich wird man dadurch schneller aber in meinem alter geht es nur noch um den schnellen raus die kämpfe stimulieren das dritte auge also werde ich nicht immer jet brauchen aber dieses mal steht es auf dem speiseplan schluss mit jams nein du bist abhängig von dem zeug du brauchst hilfe nicht das schon wieder kind ich bin alt sogar älter als du denkst wenn mich die camps umbringen dann hatte ich immerhin einen guten lauf ohne das dritte auge hätten wir es nie so weit geschafft wir brauchen es du brauchst es es ist ein teil von mir okay du hast recht es ist deine entscheidung genauso ist es so wohin jetzt ich trage zu viel so was hier war jetzt mein haus richtig so 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 wir haben ein Bettchen wir haben einen Hund ja mein haus das gibt hier noch irgendwo einen Schrank wo ich was reinlegen kann nehmen oh hör auf damit die gelbe tischlampe gelbe tischlampe lagerkiste lagerkiste also mal Gräwewand Schaltmaschine Waffenbank Werkstatt Strukturen Möwe Hop Behälter Behälter Aktenschrank 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 Kräwe Behälter Ich glaube ich will eine Kiste haben Auf So Verblassen Verblassen Wagen Bierflasche Billardkü Billardkü Ge Blut Ge Verrüssel Brutzack Blut Drüsen Brille Brille Blut Blut Auf Lager Ich blüte granatisch ringwässer Feuerhahnprozess Gewicht kurz laser musket Gewicht Gewicht Minigun Weg damit 240 Kreuzschlüssel Molotow Schlagring Meine Waffen Meine Kleidung Lederrüstung Linker Arm Weg Weg Linkes Bein Rechtes Bein Leichte Kleidung Lässiges Outfit Minutemen Outfit Räder Leder 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 Kombi Leder 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 Honig Rüstung Honig Linkes Bein Ein Rechter Arm Rechtes Bein Sack Kapuze Sack Entschuldigung Scheiße Brille Strom Gas Maske Tv45 Wortanzug 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 Neu Tv45 Taschen Behandelt Eine Hilfsmittel Sack Weg Hüste 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 Fü pretending zu Chor Leder Meine Monsion Meine Inventar Achso, Inventar ist alles Okay Kann ich eigentlich noch eine zweite Öffnen Man denkt man ist sicher, aber man ist es nicht. So kriegen sie einen immer. Hopp, hopp, hopp So, so, so 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 Schatzkiste So Ein Schrott Lagern, lagern, lagern So Zack Damit beende ich hier diese Folge, 3, 2, 1, tschüss